Ich habe hinten schon aufgelassen. Jetzt gibt es hier Zoom-Boom. Was haben die an Graben? Ich glaube 1,9. Ich glaube schon. Eigentlich hätte er das gerade gelesen. 5x 1,9 genau. Was für die denn hier? Ich habe ja noch nie was schon gehört. Die kenne ich ja gar nicht. Die sind ganz neu auf dem Markt. Die sind ganz neu auf dem Markt. Was kosten die? Ich weiß es nicht um ehrlich zu sein. Ich habe selber nicht was ich dafür gezahlt habe um ehrlich zu sein. Okay. Ich wollte ja eigentlich andere haben. Aber... Bruder sitzt da so dran. Fehlte der Vorbrenner. Der Vorbrenner ist doch komisch oder so. Ich weiß nicht. Ja? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja. Fakt. Ich will den Schutzschlag hier bei. Ja. 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 Das war der Kumpel. Ja. Boah, da ist es lieber. Vielen Dank.